Einen wunderschönen guten Tag miteinander. Ich stehe heute im Off, weil ich will euch nicht stören, also beim Wichsen. Weil ich weiß, es gibt sehr viele Leute, die genau auf das hier stehen, was man jetzt hier gerade sieht. Also ich bin ein sogenannter Kack und ich genieße es. Ihr hattet wieder mal die Chance auf Instagram Fragen zu stellen an diese beiden wunderbaren Leute hier. Die beiden sind jetzt seit, wie lange Zeit? Eineinhalb Jahre schon? Eineinhalb Jahre sind das schon. Alter. Alter. Das war damals die Zeit, wenn wir uns immer in einem Eiber besoffen. Scheiße, wie die Zeit wird. Alt. Unvergesslicher Sommer. Ja. Ich habe zum Glück das meiste davon vergessen. Ja, Zeit froh. Und eineinhalb Jahre schon krass. Gut. Die Frage habt ihr gestellt. Mal schauen. Was waren bisher die seltsamsten Orte des Aktes? Ich fragte Korgel. Das ist mieser. Hatten wir gerade. Seltsamer Ort. Erstmal im Gebäude, im selben Gebäude wie in meinen Eltern. Durfte zu Hause nie. Stimmt, das war sehr unangenehm für ihn, weil er noch nie im selben Gebäude wie seine Eltern Geschlechtsverkehr vollzogen hat. Ich kann es mir gar nicht anders vorstellen. Durfte nicht. Interessant. Wenn die dir was hören, kommen die dann rein und sagen, Schluss, raus. Das waren so die Erziehung, so Männlein und Weiblein dürfen sich nicht mal in ein Zimmer teilen. Das sehe ich genauso. Ich durfte nicht in derselben Etage pennen. Ist richtig so. Bis zwei Jahre lang. Ist richtig so. Da gab es, nee, unterbrochen haben sie es nicht, gekonnt über Spiele, aber danach gab es immer ein Nachgespräch. Nachgespräch? Oh, bin ich froh, dass wir kein Nachgespräch haben zum Frühstück. Ja, nee. Alles, was sie nicht wissen, macht es nicht heiß und so. Und so wirklich. Männlein macht mich das gar nicht. Alter. Scheiße, das hat schon mal Mühe vom Kamm. Kamm! Ja, wenn ihr euch interessiert, wer die Fragen stellt, könnt ihr gerne im Nachhinein das mich privat fragen. Seid ihr bereit offen für einen Dreier? Nicht für einen Mann übrigens. Ich habe gar kein Interesse an einen Dreier. Ich habe schon einen Dreier gehabt, so ist es nicht, aber mich reizt daran einfach gar nichts. Sie teilt nicht gerne. Nicht mal das. Ihr seid einfach zu, wie soll man das beschreiben, wenn man mit zwei Männern als einzige Frau im Bett liegt, dann versucht der eine den anderen einfach nur zu übertönen und das macht dann keinen Spaß mehr. Na, es fragt deine Frau. Ja, trotzdem. Danke. Eine andere Frau hatte ich auch schon, aber da war ja dann mehr Action mit der Frau, erst mit dem Typen und das bringt dem Typen ja doch schon. Versteht ihr die Frage? Veranfragen bitte an den Sargent, wenn der muss raussuchen, der daran teilnimmt. Juhu, ist das klar. Okay. Wild. Was soll man machen, wenn der Partner seit Monaten keinen Sex mehr will? Nee, irgendwie. Seit Monaten nicht mehr. Nicht mehr will. Nicht mehr will. Keine Ahnung, das ist mir zum Glück noch nicht vorgekommen. So ein paar Tage geht ja. Also ich habe auch manchmal ein paar Tage keinen Bock, weil ich einfach nur genervt bin von Arbeit und keine Lust habe halt. Aber Monate, was soll man denn da machen? Im Zweifelsfall drüber sprechen oder dann... Und wenn das nicht hilft, dann... Und wenn das nicht hilft, dann... Schon eine Monate. Kennt man die Antwort? Ja. Ja, also meistens fließen die Säfte woanders. Was sonst? So ein Monat lang hat man in der Regel keinen ausbleibenden Trieb. Außer man ist schwer spielsüchtig und verliert immer. Also dann ist sie nur recht lange mal schlafen. Das ist nachzuvollziehen. Übelst du vollziehen. Das ist definitiv ein Grund dafür. Himmel. Ist diese Mütze vom Sergeant eigentlich euer Fetisch? Himmel. Nö. Ich wusste nicht mal, dass der Mann die überhaupt abnehmen kann. Bis wir zusammen waren. Ich war schockiert. Aber bleibt die immer auf der Seite? Nein. Selten. Schade. Schade, schade. Darf man zugucken? Gucken. Gucke mal. Gucke mal. Darf man zugucken, wenn man genügend zahlt? Darf man zugucken? Ich habe meistens 100 Titel, soweit ich weiß. Ich habe einen Scheiß, man. Hier, der Nächste bleibt die Mütze auf. Hier noch irgendwie. Die Leute denken ja wirklich, dass er das Barett aufhört. Wisst ihr, wie oft ich das gefragt werde? Jede Frage hier gerade. Hat der Arzt schon das auf? Das macht mich wirklich. Ich habe mir irgendwie eine Meinung zu Kaviar. Ich distanziere mich ausdrücklichst. Das hat im Bett nichts zu... Das hat einfach nichts zu tun. Das ist richtig. Das gehört ja in der Vase, am Teller oder auf dem Glas. Ja, gut. Statement zu Füßen. Ich bin... Kategorie, die können durchaus ästhetisch sein. Erotisch finde ich sie nicht. Madame mag sie gar nicht. Vor allem seine Füße nicht. Das sind Ansagen. Na ja gut. War das Schwein dabei? Mehrmals schon. Einfach nur anal. Punkt. Das ist es. Es ist ja jetzt nie gefragt, auf wen es beziehungsweise... Ja. Ich wüsste nicht, dass er was dagegen hat, von hinten genommen zu werden. Wir wollen ja ernsthaft bleiben, zu sagen, die haben wieder... Ja, sonst sagen die ja wieder, wir lügen. Mehr brauche ich jetzt noch nicht sagen. Ich bin mir jetzt quasi sicher, was ich glaube, dass du nichts dagegen hast. Das beidseitige Einverständnis muss gegeben sein. Es muss beiden was bringen. Das klang jetzt so, als hättest du nichts dagegen, wenn dir im Gesäß rumgeführt wird. Das hat er doch auch gar nicht. Achso, gut. Das ist gefehlt mir. Das ist gefehlt mir. Nur du darfst es nicht. Ja, das ist ein Problem. Das ist richtig. Das ist sogar ein großes Problem. Wann kommt Onlyfans? Der Mann hat bereits Onlyfans. Ich hab bereits Onlyfans und die Dame möchte. Da bin ich. Was kann man dazu erlauben? Lohnt sich das? Es wird immer drauf... Lohnt sich das? Kommt immer drauf an, was man halt sehen möchte. Fleisch? Massiv viel Fleisch, ja. Die Wurstzege nicht. Wie heißt man da? So wie überall sonst auch. Das Arsch. Mit E oder A? Also richtig oder falsch? Richtig eigentlich. Eigentlich richtig. Also mit A? Gut. Was ist das ekelhafteste, was... jeweils mal beim Sex passiert ist? Es muss ja nicht miteinander sein. Da bin ich gespannt. Ich kann mich an 90% nicht erinnern. Da, Alter! Irgendwie fühle ich... Der Schnaps... Sag jetzt bitte nie dasselbe. Aber bitte keine Namen. Nee, auf jeden Fall nicht. Einen Namen kann ich mich auch erst recht nicht erinnern. Da hört es dann auch bei mir auf. Alter. Das ekelhafteste. Ja, das ekelhafteste. Als Frau gibt es nichts Schlimmeres als ein Mann, der raucht und trinkt. Das kann ich auch andersrum bestätigen. Also... 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 Also das Schlimmste war, glaube ich... Wenn... Wenn die Dame auch alkoholisiert ist und sich dann halt übergibt. Boah, Alter. Blase, bist du kotzt? Bein? Kotz, war kein Schatz. Bein? Ja. Boah. Nee. Alter, was? Na, Vollsuff und so? Naja, ich muss ganz ehrlich sagen... Also ich habe noch nie im Vollsuff... Und dann mit der Magen angeregenen... Dann bin ich mit anderen Dingen beschäftigt. Wenn die Frau besoffen ist, habe ich gar keinen Bock mehr auf die. Muss ich ganz ehrlich sagen. Wenn ich selber besoffen bin, ja. Aber wenn die Frau besoffen ist, das ist... Nee. So ein angetrunkener Zustand ist bei einer Frau noch akzeptabel, glaube ich. Aber betrunken ist dann einfach nicht mehr schön. Exakt. Ja, ruhig. Muss ich auch als Frau sagen. Zeiten waren wild. Die kriegt ja eh nichts mit. Wann Kinder? Wann Kinder? Wann Kinder? Wann Kinder? Ähm. Was für Kinder? Wir haben... Also es geht natürlich jetzt nicht darum, eher mit Kindern... Ja, ist schon klar. Wir haben einen Hund, das reicht erstmal. Und wenn wir beide der Meinung sind, wir brauchen unbedingt Kinder. Am aktuellen Zeitpunkt unseres Lebens sind keine Kinder geplant. Eine legitime zeitgemäße Einstellung. Dieser Mann hat diese Frage auf drei oder vier verschiedene Arten gestellt. Was war der größte, den Natalie hatte? Ja, wirklich vier Formulierungen. Das ist hauptsächlich selts. Das guckst du mich doch mal an. Das ist ja aber selbstverständlich, dass dieser Mann jetzt hier gewinnt. Also der Mann hat wirklich einen riesigen Kolben. Ja. Dieses rüsselartige, lange, dicke Ding, das macht mich jedes Mal so geil. Also ich habe ihn bisher noch nicht steif gesehen, aber auch schlaff ist er wirklich überragend mächtig. Lässt du es sehen? Nach was riechen Natalie's Füße? Using VR to watch Feed-Videos. Nur dafür legt man sich das ja auch zu. Muss ich jetzt auch mal sagen. Also ziemlich die beste Idee, die ich niemals gehört habe. Danke dafür. Das Verstehen und Jamal kommt. Der hat sich neben Ja geholt. Wie oft in der Woche? Diese Fragen machen mich sauer. Alle Deutschlehrer hier wirklich, sorry, ich lese nur vor. Wie oft in der Woche? Ist unterschiedlich, können wir nicht festlegen. Ist meistens davon abhängig, wie gestresst ich von Arbeit war, oder nicht? Wenn es auch eben ginge. Wie oft am Tag? Nein, das ist meistens umgekehrt. Das finde ich bemerkenswert. Seien Sie froh. Also wenn so mindestens acht Würste am Tag verspeist wurden, dann ist das Ding halt den ganzen Tag hart. Ich fühle das. Das ist dieser Kalorienüberschuss. Ich koche. Leckst du gerne? Keine Trollfrage. Keine Trollfrage. Sofern das erwünscht ist, ist das okay. Aber es ist für mich jetzt kein unglaublich antörnendes. Also es ist jetzt nicht übermäßig antörnend für mich. Aber ich habe gar kein Problem. Jetzt sollen ja beide zufrieden sein am Ende. Alter. Hätte der Sarge ein Problem damit, dass sich die Itz auch was auf Unifense dazu verdient? Absolut nicht. Es liegt nicht an ihm. Ich will einfach nur nicht abhängig davon sein, jedes Mal Bilder hochzuladen. Es wäre schlimm, wenn du es selber machst. Mir schwarz. Gut. Wie oft seid ihr bisher gekommen an einem Tag? Also wahrscheinlich das Maximum. Es erinnert mich an den letzten Vlog hier von dem hier Leone. So irgendwie sechs Mal. Fünf oder sechs? Ich glaube fünf oder sechs. Boah, das meiste. Stabil. Ihr habt sechs Schweine. Ähm. Wie wird die Dame im Suff auch mal getauscht? Nee, der Mann säuft ja nicht. Der wäre auch von der Nüchter. Das ist grundsätzlich immer treu. Der Mann säuft halt nicht. Er wollte bisher nie den Puff. Er ist ja auch der... Nee. Jetzt ist ja aber nicht so, als ob ich es ihm verbieten würde. Älala. Älala. Er hat einfach Angst vor mir. Es werden, glaube ich, viele Leute neidisch sein, ob sich das auch schon nach diesen Aussagen... Ich kann wirklich bestätigen, die dem sprengen alle der Wahrheit. Also das ist wirklich, was hier abläuft, das ist der Wahnsinn. Wie tief wird eingetrunken? Also ich hätte jetzt auch persönlich nichts dagegen hier. Nein. Kannst du mal kurz das Werk verdichten? Ich will nur messen. Also wie viel soll ich ausklappen? Reicht das? Das ist so viel. Älala. Habe ich überhaupt die rechten Götter? Vielleicht zehn Zentimeter kleiner gemacht. Ja, kannst du zu euch ehrlich sein. Also so ungefähr. Interant. Nee, dann kriegt er ja noch mehr Nachrichten, das will ich ja auch nicht. Ja gut, ja gut, ja gut. Das stimmt. Als wenigstens von Frauen wäre. Das ist die Lieblingsstellung. Eigentlich doch wie. Hält halt nicht lange aus, ne? Ist halt auch eine gute Stellung. Nein, das ist verständlich. Wie machst du? Weißt du, was ich hier teilweise sehe? Nee, das ist nie feierlich, Alter. Hatten sie schon mal mehrere Kolben gleichzeitig im Maul? Das muss man ruhig laufen. Bisher zahle ich niemanden, der mehr als einen nach unten hängen hat. Wer schiebt denn seinen Limmel in das Maul, wenn schon in da drin ist? Keine Ahnung. Ich glaube, die Leute verbringen einfach viel zu viel Zeit im Internet. Ja, sowieso. Oder zu viele in anderen Maulern. Nee, Alter. Man wirkt so nervös, wenn dieser Mann einfach nicht mit hier sitzt, sondern hinter der Kamera steht. Das ist so unruhig. Ich habe jetzt keinen Bock, einen dritten Stuhl herzuholen, Alter. Das ist so schwer. Diese, äh, ganz ruhig. Gut, ähm. Mit wie vielen Jahren hattet ihr euer erstes Mal? Ich würde nur sagen, wenn es auch legal war. Inwiefern legal? Wir haben beide 17. 14. Da war ich mit anderen Sachen beschäftigt. Natürlich, Alter, das. Mit Saufen. Alter, das ist noch nicht. Interessant. Interessant. Alter, Alter. Ich bin so froh, dass ich diesen Bildschirm nicht vorgebracht habe. Ja, ja, wirklich. Ähm, ähm, ja, hast du schon mal die Faust verwendet bei Frauen? Also ich vermute jetzt, weil du es so ehrlich gesehen hast. Die Faust bei Frauen, ne? Na gut, da hast du auch selber vorgelegt. Ja, ne? Selbstzufriedigung, ja oder nein? Ja. Warum nicht? Ich verstehe nicht, warum das ein Problem sein sollte in Beziehungen, aber das scheint in vielen Beziehungen ein sehr großes Problem zu sein. Jetzt wollen die Leute so viel nachdenken und sich dann überlegen, nee, reiche ich nicht mehr, nee. Bro, also manche Leute, das macht mich so wirklich sauer. Beste Kondomsorte. Dorex? Nein. Also, was bei Billy Boy rauskommt, sieht man ja. Alter. Löh. Ähm, wie schmeckt der Saft des Sargents? Das ist eine gute Frage, die ich mir gerne mal beantworten würde. Besser als der Saft von Männern, die rauchen und trinken. Trotz des massiven Konsums sind falsch. Also wirklich, hätte ich nicht gedacht. Ich dachte, das macht auch einen Unterschied. Nö. Wer von euch beiden hat bisher die meisten Salamis im Mund, ja? Ich vermute mal definitiv dieser Mann. Weil alles andere wäre sehr bedenklich. Ei, 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 ei. Ey, ey, ey. Also jetzt mal ganz ehrlich, ich mache mir wirklich Sorgen um euch. Das ist ja diesmal wirklich schlimmer als uns. Was tun, wenn man als Mann beim Sex nicht kommt? Das ist eine gute Frage. Das ist eigentlich eine Frage an dich. Wie soll man dann tun? Ja, deswegen kann ich einen Typen ja nicht, wenn er nicht kommt. Wenn nicht kommt, dann kommt er nicht. Ist das so, aber das ist jetzt auch primär. Als Frau kann ich nur so gut beisteuern, wie es möglich ist. Aber wenn es halt nicht geht, was sage ich denn da? Das ist primär auch nichts Schlimmes, wenn man... Ja, für die Frau, Alter. Die meistens... Ja, wenn man darüber spricht, wie normale Menschen und damit erwachsen umgeht, dann ist das auch kein Problem, weil... Ja, ich hätte ein bisschen mit solchen Tieren erwachsen. Da wird sich jetzt hingedreht und dann geschwiegen. Ja, das... Eigentlich nicht. Dann macht man eine Pause und dann geht es später nochmal. Passiert. Ist halt doof, wenn man halt immer nur im Club bumst und das... Also wenn man gestört wird oder dann auch zu besoffen ist, ist das so... Also, kann man es mal dann nochmal versuchen. Ich kann mal was lernen, Alter. Wie oft kommt Gemüse, wie zum Beispiel ein Rettich ins Spiel und kann ich benutzte Lebensmittel erraten? Das ist die Frage, kommt, ist aber selbstverständlich. Rettich? Ich frage mich nur, wer Rettich benutzt. Wenn es Kuchen gibt. Das sollte man lassen. Das ist nicht zu empfehlen, wirklich. Habe ich gehört. Gut, ähm... Wie tief ist der Sergeant? Wie viel kann der Sergeant schütten, bevor der Stängel nicht mehr ausfährt? Das kann ich euch nicht beantworten. Ich kenne den Mann nicht. Hast du ihn noch nie besoffen gesehen? Nee. Alter, geil. Das kann ich glaube auch keine Freude bei den Freunden sagen. Da kannten wir uns ja noch nicht mal. Da kann der Ganze mehr, ja. Also ich kann der Ganze, stimmt. Das hatte ich noch nie. Nur, dass man dann halt nicht mehr kommen kann. Also wenn du so taub bist. Aber stehen, das Ding aus Dummheit. Naja, aber wenn man selber nicht mehr steht. Ja, das... Wenn man kaum mehr laufen kann und nicht mal aufrecht steht, dann wird alles andere auch nicht mehr. Aber das funktioniert ja eigentlich immer. Irgendwie... Irgendwie kann man das immer wieder schleudern. Ja, herrlich. Müssen halt die Reize extremer werden. Geht das schon. Jungen, bitte keine extremer Reize. Wann wird endlich gefistet? Schlucken oder spucken? Schlucken. Alles andere ist eine Sauerei. Ja, das, das, das. Also... Ist ein rasiertes Glied, beziehungsweise ein A-Loch von Wichtigkeit. Das steht wie so hier. Ein rasiertes Glied. Ja. Also immer... Wer es mag, also... Meine Ansicht dazu ist immer, dass ich ja keinen Zwölfjährigen vor mir habe. Ist halt einfach so. Also es befindet sich durchaus das eine oder andere Haare in diesem Mann. Ja, Trimmen ist ja nicht rasieren. Hm. Also Karl wie ein Baby... Zeig mal her. Nein. Kennst du doch alles schon. Naja, aber nicht, wenn es der aktuell Tag ist. Oh. Ich werde jetzt kein Update schicken. Der hat sich extra schick geschnitten, fertig. Oh, Alter. Ist abgedreht. Junge, äh, Kappa. Ähm, äh, Frage an Sargen. Pfand oder Pussy? Ja, wirklich. Pfand? Was soll denn das? Kommt drauf an. Wie viel Pfand schon. Das ist ja Pfand wert oder so. Nee. Wo und, äh, wann, das ist alles Faktoren, die da mitspielen, oder? Die Zone geht häufig vor. Zum Leid dieser Frau. Verdammter Erdmann. Man muss dazu sagen, ich prügele ihn auch von der Couch, damit er an den Computer geht. Alter. Nee. Geht in der Community. In welchem prozentualen Verhältnis Blümchen und harter Sex? Kann man vielleicht woanders formulieren. Eine gesunde Mischung aus beiden. Wie es halt gerade... Wie halt gerade die Stimmung ist, merkt man ja. Hätte jetzt gesagt, bei euch geht es immer massiv zusammen, weil es immer so ein Grundhass in der Luft ist. Tatsächlich nicht. Ja, nur, der Hass ist ja nicht prinzipiell gegen Sie gerichtet. Ja, ich meine nur reingehen, wenn er nicht weiß. Ich meine nur. Er ist bescheid. Junge, Junge, Junge. Wie lang ging der längste 6? Wie lang? Naja, ist schwer zu definieren, weil man ja auch mehrere Runden vollzieht. Also, einzelne Runde, oder? Beides. Die Leute waren alles. Keine Ahnung, ich habe keinen Timer. Die Nachttisch fragt mich in einem halben Jahr. Ich kann gerne einen Timer stellen in Zukunft. Das ist manchmal eher so. Ich würde mal behaupten, zwischen... Das stimmt allerdings. Manchmal hat man das Gefühl, es werden so gefühlte 5 Minuten. Zwischen 20? Und dann guckt man auf die Ohren und denkt sich so hoch. Es kann zwischen 20 Sekunden und 45 Minuten alles dabei sein. Und wenn es halt mehr Runden werden, dann ist viel verhörter geworden. Na gut, dann würde ich das Ganze mal mit einer Aussage hier abschließen und auch meinen eigenen Senf nur dazu geben. Ich würde dem Sargent gerne einen Maul, nur um zu wissen, wie die Itz schmeckt. Also, ich würde auch der Itz einen Maul, nur um zu wissen, wie der Sargent schmeckt. Und damit möchte ich mich bedanken für die Offenheit und diesen geistigen Unrat. Ja, bitte, bitte. Und noch ein paar letzte Runde und noch irgendwelche Tipps? Weiß nicht, wir haben keinen Sex. Bitte, bitte, nur einvernehmlich. Sonst hast du doch auch nichts dagegen. Wenn ich nichts dagegen habe, dann ist es ja einvernehmlich.